Eine Frage möchte ich am Schluss mal loswerden. Wir hatten Ina Müller mit auf der Gästeliste, die heute leider keine Zeit hatte, weil Sie hätten sich mit ihr hier in eine Runde gesetzt. Sie war ja Ihre Nachfolgerin. Ja, warum denn nicht? Ja, ich frage ja nur. Also, ich weiß ja nur nicht, was Sie über mich denken. Aber ich habe mit Ina Müller beim Eulburger Grünkohlessen beim letzten genau gegenüber gesessen. Wir haben uns fantastisch unterhalten. Sie guckte immer in die Rede, die sie halten wollte anschließend. Aber ich dachte, wenn das nicht auswendig kenne, wird es aber schwierig. Hätte es mal vorher üben müssen. Und als sie mich dann fragte, ob sie das eine oder andere wohl sagen könne, da habe ich zu ihr gesagt, ich glaube, Sie wissen nicht so genau, auf welcher Veranstaltung Sie sind. So war es dann auch. Vielen Dank, der Staatssekretär sagt, ich war jetzt hier diplomatisch. Ich glaube, das ist für unsere Talkrunde ein wunderschönes Schlusswort. Natürlich hätte ich noch 10.000 Fragen an Sie, aber wir sind mit dem Talk am Ende. Und wie versprochen, jetzt am Ende der Sendung wird Danny Christian noch ein Lied von Neil Diamond singen. Und wie wird es heißen? Sweet Caroline. Viel Spaß dabei, bei Danny Christian. Ein bisschen mehr Bass, das wäre schön. Serge. Wie wird es, wie sich anfing. Wie wird es, wie ich anfing. Ich kann sie anfing. Vor dem da war. Ich kann das, wie ich anfing, kann ich anfing. Wenn dann, wie ich anfing, Who'd believe, you'd come along. Jetzt darf wieder geklatscht werden. Hands, touching hands, reaching out, touching me, touching you. Here we go! Sweet Caroline, good times never seemed so good. I've been inclined to believe it never would, but now I look at the night. And it don't seem so lonely, we fill it up with only two. And when I hurt, hurting runs off my shoulder. How can I hurt when holding you? Hey, one, touching one, reaching out, touching me, touching you. Come on! Sweet Caroline, good times never seemed so good. They never seemed so good. I've been inclined to believe it never would, oh no, no. Hey! Und ich weiß, dass er ein Fan ist von Neil Diamond. Drei, vier. Sweet Caroline. Let's go! We're going to go! We were going to go! We had actually Rosamunde abgesprochen, oh no? Ha, 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 ha. I've been inclined to believe it never would, oh no? It never works. Hey. Ich bedanke mich ganz herzlich. Vielen Dank und ich fand es eine tolle Show. Kompliment an die Herren, die das hier produziert haben. Vielen Dank.